43. Der Erdenkloß Nicht lange, so kam ein Mann in einer Mütze mit Nackenschutz gelaufen und blieb dann stehen. Das war Laban, Bituels Sohn. Er kam immer gelaufen bei solcher Gelegenheit. Ein paar Jahrzehnte, ein rasch vergangenes Menschenalter war es hier, dass er genauso gelaufen gekommen war, damals als er Eliezer, den Freiwerber, mit seinen Zehntieren und Leuten am Brunnen gefunden und zu ihm gesagt hatte, »Komm herein, du Gesegnete des Herrn!« Nunmehr ein Graubart lief er wieder, da Rahel ihm angezeigt hatte, dass Jakob da sei von Bersheba, kein Knecht, sondern Abrams Enkel, sein Schwestersohn. Dass er aber stehen blieb und den Mann herankommen ließ, geschah, weil er nichts von einer goldenen Spange an Rahels Stirn hatte bemerken können, noch etwas von Armringen an ihren Händen, wie damals bei Rebekah, und weil er sah, dass der Fremdling nicht als Herr einer ausgerüsteten Karawane kam, sondern sichtbarlich ganz allein auf zerschundenem, magerem Tier. Darum wollte er sich nichts vergeben und dem angeblichen Neffen nicht zu weit entgegenkommen, war voller Misstrauen und blieb mit verschränkten Armen stehen, sein Annahen zu erwarten. Jakob verstand das wohl, beschämt und beklommen, wie er war, im schlechten Bewusstsein seiner Armut und bedürftigen Abhängigkeit. Ach, nicht als reicher Sendbote kam er, der auftreten mochte, alle mit säkelschweren Geschenken aus seinen Satteltaschen bezauberte und sich bitten ließ, doch einen Tag oder zehn zu verweilen. Ein Flüchtling und Unbehauster fand er sich ein, mit leeren Händen, und zu Hause unmöglich ein Bettler um Obdach und hätte wohl Anlass zu zager Demut gehabt. Doch erkannte er gleich seinen Mann, der da finster vor ihm stand und begriff, dass es nicht weise gewesen wäre, sich allzu elend zu machen vor ihm. Darum sputete er sich nicht sonderlich, vom Tiere zu kommen, trat hin vor Labern mit der Würde seines Geschlechtes, grüßte ihn anständig und sprach. Mein Vater und Bruder, Rebekka schickt mich, deine Schwester, um dir eine Aufmerksamkeit damit zu erweisen, dass sie mich eine Weile unter deinem Dache wohnen heißt, und ich grüße dich in ihrem Namen, sowie im Namen Jezaks ihres Herrn und des Meinen, ferner im Namen gemeinsamer Väter, und rufe an, Abrams Gott, zum Schutze deiner, deines Weibes und deiner Kindergesundheit. »Gleichfalls«, sagte Labern, der das im Wesentlichen verstand, »und du bist also wahrlich Rebekkas Sohn?« »Wahrlich«, erwiderte jener, »jezaks Erstgeborener bin ich, du sagst es genau. Ich empfehle dir, dich nicht beirren zu lassen, durch meine Einsamkeit, noch durch mein Kleid, dass die Sonne zerriss. Mein Mund wird dir alle diese Sachen erläutern, zur rechten Stunde, und du wirst sehen, dass, wenn ich nichts habe, außer der Hauptsache, ich doch eben diese habe, und dass, wenn du zu mir sprichest, Gesegnete des Herrn, du den Nagel auf den Kopf treffen würdest.« »So lass dich herzen«, sagte Labern finster, nachdem der Hirte Jerubbal ihm dies in Umo-Umo wiedergegeben, legte die Arme auf Jakobs Schultern, neigte sich neben ihm, erst rechts, dann links, und küßte die Luft. Jakob gewann sogleich höchst zweideutige Eindrücke von diesem Ohrheim. Er trug ein paar böser Zeichen zwischen den Augen, das eine dieser Augen war blinzeln zugezogen, während er doch gerade mit diesem fast geschlossenen Auge mehr zu sehen schien als mit dem offenen. Dazu kam an derselben Seite ein ausgesprochen unterweltlicher Zug um den Mund, ein gelähmtes Hängen des Mundwinkels im schwarz-grauen Bart, das einem sauren Lächeln ähnelte und den Jakob ebenfalls bedenklich anmutete. Übrigens war Labern ein starker Mann, dessen volles, ergrautes Haar noch unter dem Nackenschutz hervorquoll, angetan mit einem knielangen Leibrock, an dessen Gürtel eine Geißel und ein Messer steckten und dessen enge Ärmel die nervig hochgeäderten Unterarme freiließen. Sie waren schwarz-grau behaart, wie seine muskulösen Schenkel, und breite, warme, ebenfalls behaarte Hände saßen daran, die Hände eines besitzhaltenden, in düster erdhafte Gedanken eingeschränkten Mannes, eines rechten Erdenkloßes, wie Jakob dachte. Dabei hätte der Ohm eigentlich schön sein können von Angesicht, mit seinen dick aufliegenden, noch ganz schwarzen Brauen, der fleischigen, mit der Stirn in einer Linie verlaufenden Nase und den vollen Lippen im Bart. Die Augen hatte Rahel offensichtlich von ihm. Jakob stellte es mit den gemischten Gefühlen des Wiedererkennens, der Rührung, der Eifersucht fest, mit denen man sich über die erbliche Herkunft und Naturgeschichte teurer Lebenserscheinungen belehrt. Eine glückliche Belehrung, insofern sie uns in die Intimität solcher Erscheinungen dringen, uns gleichsam hinter sie kommen lässt, aber doch auch wieder auf eine gewisse Weise kränkend, so dass unser Verhalten zu den Trägern solcher Vorbildungen sich aus Ehrfurcht und Abneigung eigentümlich zusammensetzt. Laban sagte, »Sei also willkommen und folge mir, Fremder, der du dich, ich will glauben, mit Recht meinen Neffen heißt, wir haben einst Raum gehabt für Eliezer und Stroh und Futter für seine zehn Kamele, so werden wir auch haben für dich und das Kamel, das dein einziges zu sein scheint. Geschenke hat deine Mutter dir also nicht mitgegeben, Gold, Kleider und Würze oder dergleichen?« »Sie tat es reichlich, dessen kannst du versichert sein«, antwortete Jakob. »Warum ich die Dinge nicht habe, wirst du hören, wenn ich meine Füße gewaschen und etwas gegessen habe.« Er redete absichtlich anspruchsvoll, um auf sich zu halten vor dem Erdenkloß, und dieser wunderte sich über so viel Zuversicht bei so viel Armut. Sie sprachen dann nichts mehr, bis sie zu dem Anwesen Labans kamen, wo die fremden Hirten sich von ihnen trennten, um gegen die Stadt weiterzutreiben, während Jakob dem Bas bei der Einfachung der Schafe zwischen Lehmhürden behilflich war, die man zum Schutz gegen Raubzeug durch Ruhrgeflecht erhöht hatte. Vom Dach des Hauses sahen ihnen drei Frauen dabei zu. Die eine war Rahel, die zweite Labansweib, und die dritte Lea, die größere Tochter, die Schielte. Das Haus wie überhaupt die ganze Niederlassung, denn das Wohngebäude war noch von einigen Rohrhütten und bienenkorbartig geformten Speicherbaulichkeiten umgeben, machte bedeutenden Eindruck auf Jakob, den Zeltbewohner, der freilich unterwegs in den Städten weit schönere Wohnhäuser gesehen hatte und auch nicht gewillt war, sich irgendwelche Bewunderungen merken zu lassen. Er mäkelte sogar sofort an dem Hause, fand die Holzleiter, die von außen aufs Dach führte, in hingeworfenen Worten unzulänglich und meinte, man müsse eine Backsteintreppe statt ihrer anlegen, auch das Ganze mit Kalk bewerfen und die Fensterlöcher zu ebener Erde mit Holzgittern versehen. »Es führt eine Treppe vom Hofe hinauf«, sagte Laban, »mir genügt mein Haus.« »Sage das nicht«, sprach Jakob, »ist der Mensch leicht zufrieden, so ist es auch Gott für ihn und zieht von ihm die Segenshand. »Wie viele Schafe hat mein Ohrheim?« »Achzig«, antwortete der Wirt, »und Ziegen?« »Andreißig.« »Rindvieh gar keines?« Laban wies aufgebracht mit dem Bart in der Richtung eines Lehm- und Rohrverschlages, der offenbar den Rinderstall darstellte, nannte aber keine Zahl. »Das müssen mehr werden«, sagte Jakob, »mehr von jeder Art Vieh.« Und Laban warf ihm einen zwar finstren, aber hinter der Finsternis neugierig prüfenden Blick zu. Dann wandten sie sich gegen das Haus.